Was ist die Anzeige in der Schweiz? Als ich mir vorstellte, dass fünf Minuten von meinem Wohnort entfernt ein Vertragszahn auf dem Länderbein arbeitet, habe ich gedacht, okay, dann versuche ich das mal, weil Bulgarien ist ja doch weit weg. Der erste Eindruck war sehr, sehr, sehr seltsam. Es ist doch ein ziemlich modernes Gebäude. Es wirkte auf mich am ersten Eindruck sehr kalt, weil so weiß, so sauber, so klinisch. Also, der Eindruck funktioniert. Und dann habe ich mal gedacht, na gut, ich lasse mich jetzt mal überraschen. Habe dann wirklich nette, sympathische Leute getroffen. Auch eine gute Beratung erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank.